Weil da sitzt unser Immunsystem. Also in all den Jahren von Corona, ja, ich will das Thema gar nicht thematisieren, kam nicht ein Hinweis von der Politik, wie wir unser Immunsystem pflegen, dass die Menschen wirklich in so einen Zustand versetzt werden, wo sie neu kreieren können, wo alle Rezeptoren, also alles, was wir erlernt haben, komplett auf Null gesetzt werden. Wenn jetzt da draußen einer ist und er sagt, okay, das klingt wahnsinnig faszinierend, auch gleichzeitig habe ich vielleicht wenig Berührungspunkte mit dieser Materie und Co. Was kann jemand zu Hause jetzt sofort tun? Und damit meine ich nicht, wo finde ich den nächsten Drogenjunkie, der mir die richtigen Dinge verkauft, sondern derjenige, der das Interview hört und heute Abend mal zu Hause für sich selber ausprobieren möchte, was da an Geheimnissen des eigenen inneren Bewusstseins möglich ist. Gibt es da eine kleine Übung? Gibt es vielleicht eine Einladung oder eine Möglichkeit, sich selber noch besser kennenzulernen? Also da sagst du genau das, was eben das Problem ist. Da sprichst du eine sehr wichtige Thematik an. Also erst mal müssen wir uns freimachen von diesem Begriff Droge. Es ist in schamanischer Kultur Medizin. Also was für uns als Droge verteufelt wird, ist in deren Sicht Medizin. Es ist Erkenntnismedizin und aus deren Sicht nur, wenn der Geist die Erkenntnis bekommen hat, warum er erkrankt ist, kann er heilen. Was bei uns schon mal in unserer Kultur der völlig gegensätzliche Anteil ist. Man bekommt die Spritze und zack, weg ist das Symptom. Aber man ist nicht vollständig geheilt. Und man kann natürlich auch all diese Sachen, man muss keine exogenen Psychedelika nehmen. Also körperfremde Substanzen. Man hat das alles in sich. Denn wir produzieren das stärkste Psychedelika, was auch in Ayahuasca drin ist, DMT selber. Also wir produzieren tagtäglich körpereigenes DMT, körpereigene Drogen. Und das ist der spannende Punkt. Und da ist, das ist der Schlüsselpunkt, wo die Schulmedizin und die Spiritualität zusammenkommt. Weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir das DMT produzieren, auch das Pinolin in der Nacht, ja, über die Zirbeldrüse, dass wir träumen können, dass wir Visionen bekommen. Und auf der anderen Seite eben diese, ne, psychedelische Kultur, ja, die schamanische Kultur. Und da trennt sich zum Beispiel die indische Kultur von der schamanischen Kultur. Ja, weil die indische Kultur sagt, wir brauchen keine Psychedelika, wir haben das alles in uns. Und du kannst jeden Moment anfangen, du brauchst dich einfach nur hinzusetzen und meditieren. Und deinen Geist öffnen, dein drittes Auge. Und dann gibt es bestimmte Atemtechniken, von Stanislav Grof zum Beispiel, der dieses holotrope Atmen entwickelt hat, von Wim Hof. Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten, in andere Bewusstseinszustände zu kommen, ohne Substanzen. Und da kann jeder selbst entscheiden, welchen Weg er gehen will. Natürlich ist es schwierig, hier in Europa mit Ayahuasca, weil es ja eben, wie gesagt, nicht legal ist. Das muss man klar sagen. Also wenn wir jetzt über die Geheimnisse des Bewusstseins sprechen und über die eigenen Körper, eigenen Drogen sprechen. Jetzt hattest du jetzt angesprochen, dass holotrope Atmen, wenn, dass ein Mensch sich in einer waagerechten Position begibt und dann diese Technik über ein paar Minuten lang durchführt, magst du uns da mal auf die Reise nehmen, was jeder für sich heute Abend mal testen kann auf dem Boden? Ja, das ist halt mit diesen holotrope Atmen, also je nachdem, wie intensiv man das machen könnte. Das muss man halt wirklich richtig lernen. Und ich würde das auch nicht empfehlen, ohne einen Therapeuten zu machen, weil das kann schon ganz schön heftig abgehen. Also man kann da wirklich ziemlich intensiv in so einen Rebirth-Zustand kommen, dass die Hände sich verkrampfen, dass man kurz vor so einem Hyperventilations-Zustand ist. Und das ist halt wie so ein Trance-Zustand. Ja, also auch Trance ist ja eines der uraltesten Heilmethoden auch aus Afrika oder Voodoo-Kultur, dass die Menschen wirklich in so einen Zustand versetzt werden, wo sie neu kreieren können, wo alle Rezeptoren, also alles, was wir erlernt haben, komplett auf Null gesetzt werden. Und solche Zustände kannst du auch über Atemtechniken bekommen. Also ich sage immer, der einfachste Weg, ich mache ja auch Roh-Kakao-Rituale in Hamburg, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ich teach es eher anderen Leuten, wie sie es machen. Aber das ist der einfachste Weg, dass man sich wirklich einfach mal hinsetzt, einen Roh-Kakao macht und wirklich mal in die Atmung geht. Und dann zum Beispiel einfach ganz tief einatmen in fünf Schritten, fünf halten und dann ausatmen in fünf Schritten und dann wieder fünf halten. Ja, also immer diese magischen fünf und das über eine längere Zeit, je nachdem, wie lange man durchhält und einfach guckt, was passiert. Das ist das, was man praktisch jetzt sofort umsetzen kann. Was bringt es einem, weil es gibt ja viele Rationalen da draußen? Ein Reset. Ganz einfach erklärt, ein Reset vom Mind. Das ist ja das, was wir, ne, wir schlafen nachts, um uns zu regenerieren. So, und wir brauchen gerade, du weißt das ja selber auch, als so groß, vielseitig beschäftigter Mensch und ich merke das selber auch immer, wie ich da reinrutsche, vergesse, meinen Mind zu resetten. Es ist ein Reset und den brauchen wir zwischendurch, damit wir neu kreieren können, neu schöpfen können, neue Energie bekommen. Das ist der Hauptgrund. Das ist ein Mind Detox. Und gleichzeitig das Bondon zum Mind Detox, was du ansprichst, also die, das ist ja das, was die Pharmaindustrie ja nicht verkaufen kann. Es gibt ja 20.000 Pillen für alle Themen, aber es gibt nur, du brauchst ja nur einen Schlüssel zu der Gesundheit, aber es gibt 40.000 Krankheiten da draußen. Was rätst du denjenigen, oder was müssen andere Menschen durch Täler gehen, um zu merken, hey, ich habe es satt, permanent im Außen irgendwelche Pillen zu schlucken und die gleichen Themen aus der Vergangenheit durchzuwühlen in der 48. Therapiesitzung. Also ist es unsere Gefahr unserer heutigen Zeit, dass wir so viel Ablenkung, Abwechslungsmöglichkeiten haben, dass wir diese einfache Klarheit mit der alten Völker komplett übersehen, dass alles in uns ist und dass, wenn du in der Stille bist, ich glaube, in der Bibel gibt es diese Passage, sei still und wisse, dass du Gott bist, sind uns die Schamanen, die gerade irgendwo in Südamerika in einem Urwald leben, sind sie uns westlichen Menschen überlegen, obwohl wir mit Autos und Technik und Luxus leben, den sie niemals haben werden, aber auch vielleicht niemals suchen werden? 100 Prozent, und zwar aus dem folgenden Grund, weil sie sind verbunden mit Mutter Natur. Sie sind mehr verbunden, als wir jemals sein können, selbst wenn wir in den Wald irgendwo hingehen, haben wir nicht das Gefühl, weil wir sind überall von Frequenzen abgeschottet und ich kenne den Unterschied, ja, wenn man wirklich im Urwald ist und mal komplett abgeschottet ist von all diesen Frequenzen, die uns umgeben und das ist eigentlich mit die größte Ablenkung, ja, also dass wir durch das Internet natürlich überall irgendwie, also Social Media, E-Mails und, also wir sind, wir hatten das in unserem Interview ja auch beide, diese Ablenkung, man ist ständig abgelenkt vom Außen, weil der Geist gar nicht mehr darauf konditioniert ist, zwischendurch mal Ruhephasen einzulegen, weil wir sind ständig getrieben und das ist dieser Fight-or-Flight-Reflex, wir sind ständig auf der Flucht, weil wir natürlich ständig funktionieren müssen und das ist da natürlich einfach nicht, die leben einfach im völligen Einklang mit der Natur, die müssen sich nicht vor Viren schützen, die sind, verstehst du, also die sind die Viren, ja, also die gehen in Einklang mit den Viren, da gibt es das nicht, ich habe das mit Schimmelpilzen erlebt, also was ich da teilweise an Zustände gesehen habe, an hygienische Zustände, ich war wirklich in den tiefsten Ghettos, wo ich dachte, oh mein Gott, wie können die Menschen hier überleben? Es ist alles die Einstellung, sie überleben, weil sie im Einklang mit dem Leben ist, ist immer die Frequenz entscheidend und wenn du in der richtigen Frequenz schwingst, was ja auch die Schumann-Resonanz von der Zirbeldrüse hat, also wir haben ja eine bestimmte Resonanz, ein bestimmtes Resonanzfeld von Mutter Erde, das ist die Schumann-Resonanz und unsere Zirbeldrüse, die ja das Pinolin auch produziert in der Nacht, womit wir träumen können, reagiert auf diese Frequenz, so und wenn wir abgeschottet sind durch WLAN-Frequenz, durch 5G und so weiter, dann kommt unser ganzer Biorhythmus aus dem Gleichgewicht und somit auch unsere Moleküle, die wir produzieren, die für unsere Wahrnehmung zuständig sind und ganz vielen Menschen fehlt das Serotonin und das Melatonin, ja, also alleine schon durch die Tatsache, dass wir zu wenig Sonnenlicht aufnehmen, weil wir zu viel in Wohnungen sind, abgeschottet, Homeoffice schön und gut, ja, aber wir sitzen im Büro und sind einfach komplett abgetrennt von der Sonne und von den Elementen. Von den Dingen, die du jetzt gerade zuletzt angesprochen hast, wenn wir das mal in so eine praktische Punkt-für-Punkt-Liste überleiten könnten, können wir da ein paar Tipps konkret sammeln, was derjenige da sagt, hey, ich fühle mich irgendwie so lost, eigentlich bin ich auf meinem Weg, aber gleichzeitig fühle ich mich nicht so verbunden, du hast jetzt ein paar Sachen schon angesprochen, also könnten wir die mal sammeln und bündeln wie so eine Checkliste, ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr davon. Genau, also ich habe ja ein ganzes Therapiekonzept entwickelt dazu, was den Menschen wirklich in fünf Schritten dahin bringt, dass er seinen Geist und Körper reinigt, ja, weil man kann nicht auch nur über den Geist kreieren, wenn die Materie vergiftet ist, so und wenn du natürlich weiterhin Burger und Schokolade isst oder Pizza, ja, dann kannst du noch so viel meditieren, das ist trotzdem in der Realität, ist trotzdem da und im Schamanischen gibt es drei Ebenen der Realität, ja, also das Unterbewusstsein, was die seelischen Anteile betrifft, was mit der Zirbeldrüse in Verbindung steht, das Überbewusstsein, was mit dem Kollektiven, wo du zum Beispiel auch einen guten Zugang hast, ja, mit dem Kollektiven fällt, ja, mit den Ahnen, mit den Generationen zuvor und die Realität, das Jetzt, so und viele, das Erlernte, viele bewegen sich nur in dieser Realität und man hat gar keine Zeit mehr, sich mit seinem Unterbewusstsein und seinem Überbewusstsein zu beschäftigen, so, also empfehle ich, der erste Schritt ist, den Darm zu reinigen, das ist das, was ich wirklich empfehle, weil damit fängt es an, da docken unsere Botenstoffe an, ja, also auch die Mikroorganismen, der Kosmos in unserem Darm, ja, wo auch die körpereigenen Drogen andocken und, ähm, wenn man das nicht regelmäßig macht, auch sein Bindegewebe, was den Zugang zur Matrix hat und sein Blut regelmäßig reinigt und seine Zirbeldrüse, sein Geist regelmäßig reinigt, dann kann der Körper nicht ganzheitlich funktionieren, so, und was man da machen kann, willst du jetzt konkrete Schritte haben? Gerne, ja. Also genau, was man natürlich mit dem Darm machen kann, regelmäßig fermentierte Sachen zu sich nehmen, ja, also Kombucha, äh, all so eine Sachen, effektive Mikroorganismen. Wie diesem Pflaume, diesem Pfirsich aus Japan? Zum Beispiel. Oder diesen chinesischen Pfirsich. Genau, zum Beispiel. Oder, wie gesagt, effektive Mikroorganismen, da gibt es ja auch, auf Okinawa, diese Insel der Hundertjährigen, da gibt es ja auch, da sind diese effektiven Mikroorganismen ja entstanden und, äh, dann ist es natürlich wichtig, so wie man die Haut pflegt, auch seine Schleimhaut zu pflegen. Also ich habe ja ein extra Produkt auch entwickelt dazu, was die Schleimhäute pflegt, ja, also das ist absurd, weil da sitzt unser Immunsystem. Also in all den Jahren von Corona, ja, ich will das Thema gar nicht thematisieren, kam nicht ein Hinweis von der Politik, wie wir unser Immunsystem pflegen, wie wir unsere Schleimhäute stabil halten, damit wir uns schützen vor solchen Eindringlingen. Es ist ja nicht nur ein Virus, also ich, das ist mein täglich Brot, ne, also ich arbeite nur mit Parasiten und Viren und Krankenhauskeimen oder was auch immer das da gibt. Und wir können die nicht einfach mit Desinfektionsmittel wegzaubern. Und, äh, da, da gehört eben Pflege mit dazu. So seine Schleimhäute pflegt man zum Beispiel, ne, wenn man regelmäßige Darmreinigung macht oder wenn man Flohsamenschalen, ne, oder Zeolit oder Nährstoffe, Chlorophyll, dann, äh, hat man natürlich das Blut, ja, so wie die Hildegard-Medizin, natürlich auch regelmäßige Aderlasse, dass die schlechten Säfte abgelassen werden. Weil wir können uns gar nicht immer schützen vor diesen ganzen Giften in der Welt. Man kann sich total zurückziehen, einsam im Dschungel, alleine vor sich da, ne, hinleben, aber das ist ja auch nicht Ziel. Es ist ja auch Ziel, dass wir die moderne Welt mit der alten Welt auch verbinden. So, und, äh, da ist es für mich dieses Prinzip, die, die Balance finden zwischen Genuss und Überfluss. Also ich trinke auch gerne mal ein Gläschen Wein. Also ich bin auch eine wilde, eine wilde Frau und lass mir das auch nicht nehmen. Und, äh, da aber, wie gesagt, die Mitte zu finden und regelmäßig Entsäuerung machen. Also seinen Darm entsäuern, seinen Körper entsäuern. Also ich hab da auch so ein Säure-Basen-Produkt und egal, welches man nimmt, aber es ist halt wichtig, dass wir das pflegen, unsere Säure-Basen-Ballons. Und dann natürlich die Zirbeldrüse, die natürlich durch Fluoride, durch 5G, durch so viele Frequenzen auch von außen und Schwermetalle und so weiter einfach geschädigt wird. Also das sieht man auch im Röntgenbild. Das ist wie so eine dicke Mauer. die sich um die Zirbeldrüse bildet. Das ist krass. Das ist wirklich wie, und dadurch sind natürlich ganz viele Menschen mit der Wahrnehmung einfach nicht mehr so richtig, dass sie nicht mehr richtig spüren, dass sie sich selber nicht mehr spüren können, weil ihnen die Botenstoffe fehlen. Das ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist ja genau das, wie soll ich sagen, wie die Menschen ja im Schlaf bleiben, ihr Leben lang, oder im Schlaf gehalten werden, weil mit Netflix und Co. werden sie unterhalten. Da sind ja die ganzen Satelliten und die ganzen Frequenzen und gleichzeitig mit der Zahnpasta, die Fluoride hat oder das Salz, dass es der Mensch dann quasi noch weiter taub gehalten wird. Also mit Sehendem und Schmeckendem und manchmal auch mit dem Hörenden, die Songs aus dem Radio und Co, die dich auch die ganze Zeit nur abhängig halten, die ganze Zeit zahlen. Ohne dich war ich nichts, Syndrom, wie ich das nenne. Wahnsinn. Caroline, jetzt kommen wir zu ein paar knackigen, spannenden Abschlussfragen, die lauten wie folgt. Die erste Frage davon, was bedeutet Glück, Erfolg, Erfüllung für dich in einem Wort, in einem Satz? In einem Satz Glück, Erfolg und Erfüllung. Oder Erfüllung, eins von dreien, in einem Satz. Nach Hause kommen. Sehr gut. Ankommen. Ankommen. Sehr gut. Was würdest du dir wünschen, was die meisten Menschen weltweit, wenn du heute alle erreichen könntest, an den Bildschirmen, über Internet, übers Radio und du hättest zwei, drei Minuten Zeit, um die ganze Welt zu erreichen und jeder, wirklich jeder würde seiner Arbeit alles liegen und niederlassen, mitten in der Nacht aufstehen, bei Zeitverschiebung, um dir zuzulauschen? Was wäre die eine Botschaft deines Lebens, die du bis jetzt verstanden hast, was jeder fühlen und erkennen sollte? Das kann ich dir 100 Prozent sagen. Nur im Kollektiv können wir heilen. Nur im Kollektiv können wir heilen. Und damit kann auch nur Mutter Erde heilen. Wenn wir lernen aufeinander, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper immer wieder, wenn ich das ausspreche. Wenn wir lernen aufeinander Rücksicht zu nehmen, einander zu helfen, dass wir das Wir-Gefühl wieder stärken in uns und das ist ja das gerade, diese Separation, was gerade passiert, dass wir wieder zueinander finden, uns abholen, gegenseitig. Es geht nur darum, dass wir uns gegenseitig abholen. Informationsaustausch. Das ist das, was ich nach all meinen Ayahuasca-Zeremonien verstanden habe. Wir sind ein Universum und wir müssen wieder lernen, die Ganzheit in uns zu entdecken. Weg aus dem Ego. Superschön. Was würdest du jemandem empfehlen, um seine eigenen täglichen praktischen Routinen zu verbessern? So ein, zwei, drei kleine Tipps. Alles, was du im Alltag integrierst, was für dich vielleicht Standard ist, aber was viele Menschen da draußen sagen würden, oh wow, cool. Also es können Kleinigkeiten sein im Alltag, was du tust, was du verstanden, gelernt hast, was integriert hast in deinen Alltag. Egal was es ist, egal welche. Also Dankbarkeit ist für mich eigentlich der Schlüssel und Vergebung. Dankbarkeit, Vergebung und Selbstliebe. Und damit beginnt es eben auch, mit seinem Körper zu pflegen und zu reinigen. Ja, weil, wie gesagt, nur wenn man selber heilt, kann auch das Kollektiv heilen. Und man muss an sich selber anfangen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Ego und Selbstliebe. Das Ego ist schmerzkörperbasiert. Die Selbstliebe, das Ego, ist eben auf Liebe basiert. Das hat eine andere Frequenz. Das stimmt. Was war der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben es jemals bekommen hast? Und warum? Folge deinem Herzen. Gut, warum er übrigt sich quasi. Genau. Aber es waren eins bis drei Filme, die dich besonders in diesem Leben berührt haben. Und warum? Into the Wild. Kennst du den? Yes. Into the Wild ist mein absoluter Lieblingsfilm. Genau. Was gibt es noch? Oh Gott, ich habe so viele Filme. Da fällt mir jetzt gerade gar keine ein. Ich habe so viele Filme. Kann ich dir keine Antwort geben. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber Into the Wild ist einer. Und die letzte Frage. Mal angenommen, heute in 100 Jahren bist du, bin ich, keiner der Zuhörer, Zuschauer ist, mehr auf diesem Erdball, zumindest nicht physischer Form. Aber nachfahren von dir, deine Urenkel oder Uru-Enkel würden sagen, von meiner Uroma Karolin habe ich das gelernt. Was würde dich berühren und bewegen? Heute in 100 Jahren. Natürlich. Wenn ich Schamanin bin, dann würde ich natürlich sagen, dass ich beigebracht habe, wie man heilt. Also meine Oma Karolin hat mir beigebracht, wie ich heile. Mich selbst und mein Umfeld. Richtig. Genau so. Wunderschön. Was ich selber auch von meinen geistigen Wesen, von meinen geistigen Führern, also ich habe so viele Schamanen in meinem Feld, das kannst du dir auch vorstellen als alte Seele, wie viele Seelen an einen docken können, wenn man einmal den Kanal geöffnet hat. Und so gebe ich es einfach nur weiter, so wie du es auch weitergibst. Und der Unterschied ist, wir sind uns dessen bewusst, dass wir nichts anderes tun, wie den Mund aufmachen und am Ende passiert das. Richtig. Genau so. Und dann gibt es gleichzeitig Kollegen, die da draußen sagen, ich bin der Größte, der Stärkste und dann wird ihnen gar nichts mehr gegeben und dann wiederholen sie die Inhalte seit 20 Jahren. Das ist halt schmerzkörperbasiert. Das ist das Ego, was auch Schmerzkörper. Und auch die, auch die sind im Prozess, weil die holen ja auch Menschen ab damit. Die senden ja auch eine Information, genau, eine Information aus, die dann wieder auf Resonanz auf die andere. Für mich ist das alles nur noch ein Informationsaustausch, was wir hier machen. Das stimmt. Wir sind Energie. Das stimmt. Ich glaube, Einstein sagte, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Liebe Carolin, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Mut vor allem, ja, dass du da so offensichtlich darüber sprichst, über Ayahuasca, über die Dinge, die uns tagtäglich ausbremsen in unserem normalen Alltag, was die meisten Menschen zwar schon ahnen auf unbewusster Ebene, aber jetzt nicht den Fokus dahin gelenkt haben. Also Freunde, tauscht euch, holt euch eine Bio-Zahnpasta, schaut, welche Frequenzen umgeben euch minimiert IT, minimiert Technik, minimiert äußere Einflüsse, fremde Stimmen, egal ob es aus der Presse ist oder aus dem eigenen Umfeld, manchmal sind es die Liebsten, die die Unbewusstesten sind, ja, das heißt nicht, dass sie böse sind, das heißt nur, dass du aufgewacht bist und sie noch nicht und alles hat seine Daseinsberechnung. Ich danke dir, dass du so mutig gehst, dass du dein Herz mit geballten Fäusten, ja, verteidigst und für andere Herzen da draußen kämpfst, aufzuwachen, zu heilen, zu lieben, zu transformieren. Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Von ganzem Herzen. Dir einen wundervollen Tag. Dankeschön. Dir auch, Maxim. Sprichst du die Sprache deiner Seele und wenn nein, dann findest du sehr viel praktisches Erfolgswissen zum Thema Spiritualität, Bewusstsein, Berufung, Geld verdienen, Partnerschaft oder deine Gesundheit in meinem Buch Soulmaster. Hier kannst du es dir bestellen und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Haha. Na oh, Joana. Untertitelung des ZDF, 2020